Kennst du diese Energiewampire, die deine Energie saugen? Wenn du glücklich und erfolgreich werden willst, dann brauchst du Menschen um dich, die dich fördern, die dich in eine gute Energie bringen. Das heißt, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die dein Mindset haben, die dich entwickeln, die an deiner Entwicklung interessiert sind, die möchten, dass du dich weiterentwickelst, die sich für dich freuen können, die ehrliche Freude und Glück auch empfinden, wenn du dich entwickelst. Keine Neid, keine Eifersucht, nicht dieses Runterziehen oder Schuldgefühle wecken oder was auch immer. Das heißt, die richtigen Menschen um dich herum zu versammeln, dieses Netzwerk an Menschen aufzubauen für dich, ist so, so wichtig. Das heißt, schaff dir ein gutes Netzwerk, eine gute Community um dich herum, damit du einfach erfolgreich werden kannst. Falls du selbstständig bist oder darin denkst, selbstständig zu werden, dann melde dich auch gerne bei mir, denn ich bin die Gründerin vom Club der Unternehmerinnen in Wien. Wir sind eine sehr, sehr wertschätzende Community. Falls dich das interessiert, schreib mir einfach eine persönliche Nachricht. Ich freue mich auf dich. Aber ganz egal, wo du bist, wo du stehst im Leben, was du einen Beruf hast, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Immer geht es nicht. Immer können wir es uns auch im Job nicht aussuchen, mit wem wir gerade zusammenarbeiten. Aber den Großteil solltest du schon darauf achten, dass das in deiner Hand liegt, mit wem du dich umgibst, welche Menschen das sind. Und such dir die aus, die dich fördern, die dich auch fordern auf eine gesunde und liebevolle Art und Weise und die dich weiterbringen. Wenn du jemanden, der genau diesen Tipp jetzt braucht, dann schick ihm dieses Video weiter. Alles Liebe, deine Marie. Alles Liebe, deine Marie.